nebenbei dann hat natürlich immer noch will und lustig genug ist die zitrone futtern da futter ich lieber eine orange weil zitrone ist mir doch ein bisschen zu sauer habe früher schon die zitrone wenn ich einen schnitzel oder so im restaurant gegessen habe danach die zitrone nachgefuttert er gut die zitrone aus dem restaurant die geht unter allgemein die zitrone gefordert oder die zitronenkombination wird Salz tequila und eine mädel wie lange dauert denn die scheiß nacht noch ey was solltest du sagen das mädel hier denke ich auch wo ich in der bude hier gerade penne nach dem motto der kommt einfach da reinigt sich in mein bett und gut ist und jetzt schläft er und was ist mit mir ungefähr ja die will ja nicht jetzt sei dass es tach wird ey tschau schlampe boah boah ich hab was für dich ich hab was für dich du bist ja ein ava ava avianer avianer ich komm mal kurz zu dir rüber klingt genug boah alter 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 ach ne halte mal du bist ja du kannst es mir aber auch ruhig drüben in meine kiste lagern ahja die kannst du nicht übersehen ja ich übersehe sie auch nicht so was haben wir denn so ist in der kiste unten nehm deinen woodblanks und nehm mhm pressurist steel gepresstem stahl ähm alter brauchst du was zu essen nein okay weil ich hätte nämlich reichlich fleisch habe ich auch okay weil dann hätte ich dir die hälfte überlassen ja ich sammle halt rohstoffe fürs team ja ich hier auch ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da ich bin ich bin da da ich bin auf einmal dunkel erlassen diesen großer dunkler krater ok wirklich da ist auf einmal stockdunkel obwohl es praktisch ist bei dir ist übrigens das weht ordentlich gewachsen es ist reif also deine pflanze sind gewachsen und gedient ich bin ja am eingang der hölle oder ich befinde mich gerade aus Versehen auf pitch black boah den Film muss ich auch mal wieder ansehen mit Vin Diesel ich habe noch nicht mal den neuen Riddick teil geguckt der letztes Jahr oder chroniken von Riddick der erste teil was glaube ich da wäre auch nicht schlecht und war geil entweder pitch black oder Riddick chroniken eines Kriegers ich bin beides im selben Universum alter schwede ich Musik gerade holz ohne Ende lass mal bei mir hier holz sammeln gehen Alter ok ich bin gleich bei dir zu hause ja wenn du die riesigen Bäume siehst dann weißt du dass du bei mir bist nicht weil da war eine frackel naja dann bist du nicht mehr weit entfernt eine ausgewandte Gude da ist noch Kohle die in hier ich glaube ich höre dich da kämpfen ja ja ich habe gerade geschlachtet boah wie das aussieht mit meinem Rob äh mit Johnny 5 hier und den zwei Jagdmessern das erinnert mich so ein bisschen hallo erinnert mich so ein bisschen hier an die Blechtrommel das klingt als ob du Schluck auf hättest habe ich auch so erstmal das Gift hier zubauen so und dass meine freunde war in 20 minuten um die welt damit wäre der neue genuss bitte was nix alter wie das monster schon wieder weg fliegt die wollen ja halt nur das nötigste ich mal gucken das stimmt campingfeuer brauche ich auch noch muss das mal gucken wie viel rohstoffe ich schon wieder hat mal gucken erst mal gucken was ich kraften hatte ich muss zur werkbank erst mal noch ein bettchen auch roboter müssen schlafen natürlich den akku aufladen wird es einfach nur ein standby modus mark was stecke ich bei dir deswegen habe ich die türen aufgelassen ja tut mir leid das ist halt der arbeitsspeicher der fällt halt an dann lief das halt so ja ja überflüssige rammt die muss ich erstmal löschen ich bin ja nur ein roboter ich kann nichts dafür ich weiß es eben nicht besser so und ich will ja ein gescheites fernsehprogramm rein bekommen stelle ich mal noch antenne auf ein dach was ist denn das ich habe einen grabstein mitgenommen so dann noch ein schrank dann habe ich ja noch eine blutbank kann ich dann auch sachen einlagern so flop wie das nicht ich wollte gerade schon sagen das war es schon mit rohstoffen da brauche ich 35 kupfer barren oh mein beat da kriegt man plant viel preis das ist cool oh was ist denn eigentlich mein hunger ok eins zwei drei vier dann noch flop platinum barren platinum barren platinum barren genau w Untertitelung. BR 2018